Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Batman Arkham Asylum Wir sind heute auf dem Weg in Killer Crocs versteckt und haben jetzt einfach mal ein bisschen Schläger Typen Bowling gemacht So zack Das war doch eine schöne Kombo Das hat auch einiges an Erfahrung gebracht So, wo geh ich hier lang? Ne, das ist die falsche Richtung Hier ist richtig, wer die Secrets haben Und eins des Secrets kann man glaube ich nur mit den Haken hier jetzt holen Wow Ganz großes Kino Batman, halt dich Nicht fest Ist hier noch irgendwo ein Kloppe Was? Also der hatte mich jetzt echt überrascht Den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm Ähm Wow Oh mein Gott Das wird schon wieder schlecht gerade Ach, hier hinten ist eine Treppe So So Okay, jetzt können wir hier rüber Hier rüber Ich frage es Wo geht's dann hin? Also da oben ist noch was Kann ich mich dort festhalten? Nein, ich hab losgelassen Ich glaub der wollte sich gerade festhalten Und ich bin so doof Und lass los Ich will es jetzt ausprobieren Ach wirklich Batman, du Lusche Also was Hitboxen angeht Ist das hier teilweise echt nicht schön Ja, da oben kann man lang klettern Das sehe ich ja von hier Der hält sich nicht fest Oh oh Wenn ich jetzt hier abrutsche Alles klar Scheiß drauf Da sag ich scheiß drauf Da liegen ein paar zusammengeschlagene Leute Wo jetzt zwei Gegner geordnet Zwei unbewaffnet Ah, da hinten Ah, die machen sich jetzt lustig Weil sie das Ding Die wir unter Strom gestellt haben Wir haben den Strom angestellt Was macht er? Er hat einen Weg gefunden Du wirst Ja, wow Ja, jetzt block doch, du Arschloch Tja, da oben kann ja Oh 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 Ah Joker sagt Batman ist unterwegs Pass auf und vergeig's nicht Wann kriegen wir unsere Upgrades machen? Joker sagt mir Wir sind stärker als die Fäderbruch er hat seine formel jetzt warten wir haben sollte sich besser nicht mit uns anlegen kann ich nicht mehr sehen ich springe im kreis deswegen bin ich jetzt unsichtbar ich bin an der tür hier ist nichts ich bin sicher ich kann von da der bleibt unten stehen alles klar komm schon wo bist du zur hölle damit oh Wo ist der hin? Na verdammt Naja wer zuletzt lacht ne Unglaublich dass du die Arme eigentlich weinend in ihren Garten gelassen hast. Sie sah so traurig aus Hmm Ich habe ihr ein wenig Titan gegeben. Oh ich muss sagen die Ergebnisse sind etwas anders. Soll ich ihr noch eine geben? Ich glaube sie will es Sie nennen dich nicht umsonst Ivy oder Liebling? Ehrlich gesagt hatte ich auf eine 10 Meter hohe Tierlauchpflanze gehofft. Aber man bekommt nicht immer was man will Ja Ja Ich lief auf meiner Insel herum. Ich kam am Zuchthaus vorbei und egelte mich bei den Gedanken an dem Dreck den es enthielt Ich war auf die Gotham bin Unter späte Lichter Mir war klar dass Boote noch mehr degenerierte in meine Stadt bringen würden Ich schrore einmal mehr Sie vor dieser Dunkelheit zu beschützen Also war amadeus arkham der erste dunkle ritter oder was Was so ganz böse will Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier Ach nee Wie? Titan muss auf Ivy eine andere Wirkung haben Ihre Pflanzen wachsen Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar Sieht aus, als ob die Pflanzen weitermutieren Die Hülse enthält ähnliche Sporen wie die die Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat Sie sind tödlich Aber sie sind nicht unzerstörbar Komm her So, wo muss ich hin? Da rein? Nein Andere Richtung Ah, ins Hauptgebäude So, jetzt mal mit dem Pflanzen boxen und ein Level abschinken Oh, das war jetzt schnell reagiert Oh, das war jetzt schnell reagiert Ein Gegner geordnet Hat hinten läuft nur so ein Depp rum Das ist teilweise echt random Einerseits brauchen sie zum Laden, andererseits erschießen sie auch instant Aber ich hole mir jetzt erstmal, wie versprochen, den verbesserten Sequenzer Ich muss hier rein, oder? Keine Gegner geordnet Ach, aber es ist ein giftiger Entschuldigung Es ist ein giftiger Raum Ich darf da unten nicht reinfallen Ich finde es aber schön, dass ich so viel hier verändern kann Kann ich da runter, oder tötet mich das? Ich glaube, das tötet mich Hier kann ich aber runter Ach Batman! Oh Mann Ich suche mir einen anderen Job Der hier bringt mich um Ich dachte mir schon, dass du kommst Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert Lass mich raten, Poison Ivy Sie hat sich mit Joker verbündet Alles was zählt ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen, aber... Es gibt immer ein aber, oder? Wo halten Sie Killer, Croc? Ich habe eine Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen Das Monster hat seine eigene Spezialzelle Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen ihn zu vergessen Es ist abgeschlossen, mehr Sicherheitsleute als beim Joker Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein, er hat die Codes Danke, Cash Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen Sie bringen sie um Yay Da hat man doch so richtig Bock auf seinen Job, ne? Uh, hier rechts lang gab es noch was Aber nicht hier drin Scheiße, durch die Tür komme ich nicht mehr Wo muss ich lang? Dringen wir die Intensivbehandlung im Killer Crocs Versteck ein Dringen wir die Intensivbehandlung im Killer Crocs Versteck ein Äh Hä? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ne Pflanze sehe Ne verdammte Pflanze, die jemanden zerreißt Ich muss hier wieder raus, oder? So sicher gehen, dass wir Die richtige Stelle hitten Wo habe ich denn den Anstaltsleiter gelassen? Hm Komisch Ich habe gerade keine Ahnung Intensivbehandlung Intensivbehandlung Da Ah, da ist auch ein Questpunkt Und so umgehe ich Ziemlich gekonnt Den großen Bereich Erstmal die Pflanze hier wegmachen Das ist das Ekelding Und so umgehe ich Das ist das und das ist das Und das ist das Ich hab doch rechts gedrückt, Mann. Kapau! Kann sich meine Lebensleistung mal regenerieren, danke. Batman, jeder Zugang zur Intensivbehandlung ist verschlossen. Ich kann nichts tun, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Da war ein Scharfschütze auf dem Dach. Wenn der da raufgekommen ist, schaffe ich das auch. Hm. Eine bewahrt. Okay, so funktioniert das nicht. So, und mir ist wieder eingefallen, wo das mit, äh, zumindest was es mit Tweedledee und Tweedledum auf sich hatte. Weiß man immer noch nicht genau, wo es ist. Schön. Es geht jetzt deutlich schneller. Wo war das denn? Sage mal. Da! Die Wippe. Ja, ich nehme ein bisschen Schaden. Da ist mir recht. Ich musste gerade nur aufpassen, hier nicht selber runter zu rutschen. Ist hier noch irgendwas drin? Geheimnis? Nein? Gut. Hehe. Tür öffnen. Und hier sollten wir ein Autosave bekommen. Ja. Gut. Damit bedanke ich mich dann an der Stelle mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Und ciao, ciao. 05s. Syden. so tres